Der Champion-Gürtel Der Champion-Gurt erhöht die Feuereis- und Blitzresistenzen merklich. Die Vier-Kristall-Trophäe Trophäe vom Struggle-Turnier Sie ist mit vier Kristallen verziert. Und so einen Preis teilt man natürlich unter Freunden. Mehr Salz-Eis. Uh-oh. Kattys und Wakka sind alle in ihre Ballgame. Und sie werden mit mir gehen. Nicht heute. Entschuldigung. Aw, warum nicht? Erinnerst du die Mädchen, die uns mit uns verhalten haben? Riku? Ja. Ich frage was ihm zu erinnern. Ich erinnere ihn. Er ist weit weg. Aber ich weiß, dass wir ihn wiedersehen. Hm. Die Erinnerungen kommen auch an dich zurück, Kairi. Nicht Nominay. Nicht Nominay. Was ist passiert mit mir? Wer bist du? Und das ist nicht mein Name. Ich bin Kairi. Kairi? Ich weiß dich. Du bist die Mädchen, die du möchtest. Wer? Bitte, ein Name. Ich bin Roxas. Okay, Roxas. Aber kannst du mir sagen, seine Name? Du bist nicht mein Name? Vielen Dank, Kairi. Okay, ich denke, ich kann dir eine Hand geben. Starts mit einem S. Hmm? Du bist okay? Sein Name beginnt mit einem S. Jetzt ist ihr der Name wieder eingefallen. Kairi? Kairi? Was ist das? Ein Buch. Ich habe es gestern. Ich habe es gestern. Zu einem Mann, ich kann nicht erinnern. Ich habe gesagt, dass egal wo er ist, ich ihn finden werde. Ein Tag. Und als ich zu schreiben habe, ich erinnere mich, dass wir eine Prozesse haben. Eine wichtige Sache. Diese Buch ist wo es beginnt. Ich weiß es. Das ist nicht mehr viel. Bald ist alles wieder hergestellt. Es ist ein Wunderschön. Wir wissen, was passiert ist. Natürlich ist es nicht Ansem. Wir wissen alle, dass es nicht Ansem ist. Nach 358 Tagen wissen wir, was mit Rico passiert ist. Nein, es ist zu schnell. Du kannst ihn wirklich ernst nehmen. Es ist eine Ordnung. Warum wirst du dich? Du hast dich nicht rechtfertigt, gegen diejenigen, die ihre Hände auf die Organisation gestellt haben. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Er hat uns nicht verletzt. Er kann nicht zurückkommen. Wenn er nicht zurückgeht, dann wissen Sie, was du machen musst. Ja. Oder du wirst die Konsequenzen. Ja. 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 wenn du mir in ein Nacht. Okay. Ich mache es jetzt, wenn das, was du willst. Axel muss noch immer Roxas wieder zurückholen zur Organisation, ansonsten wird er zu einem Dämmerling, das ist die niedrigste Form eines Niemands. Der fünfte Tag. Oletz sieht ziemlich sauer aus. Hm. 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 Aber was machen wir mit der Sache mit den Aufsätzen? Da macht zur Zeit dieses seltsame Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrot Bahnhof. Wir benutzen die doch dauernd, ohne groß darüber nachzudenken. Aber, das ist das seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem ob man rauf oder runter geht. Im Ernst? Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese, fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber herausfinden? Pence, du bist ein Genie. Vielleicht machen ja noch mehr solcher Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Olette und ich hören uns nach neuen Gerüchten um. Komm Olette. Bleiben noch wir zwei übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof und mit dem Zug ins Abendrotviertel. Na gut, dann hat man ja wenigstens schon mal ein Thema für den Aufsatz. So. Okay. Äh, jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz hier gucken. Achso. Moment. Den kann ich dann ja quasi schon mal hier drauf packen. So. Okay. Ähm. Alle Abilities sind drin. Perfekt. Na dann mal los. Hallo Vivi. Ich muss trainieren, damit ich so stark werde wie Cypher. Du findest ihn auf dem Turnierplatz, aber glaub ja nicht, du könntest ihn schlagen. Das hab ich jetzt auch erstmal gar nicht vor. Wir werden uns jetzt erst einmal auf den Weg ins Abendrotviertel machen. Und uns mal nach diesen ganzen Gerüchten umschauen. Wir kommen einfach keine Gerüchte über die sieben Wunder zu Ohren. Ihr wollt am Bahnhof in einen Zug steigen, nicht? Hm. Und was mache ich? Ja, du könntest ja mitkommen theoretisch. Wir müssen hier in den Griff. Herr Schubert. Ja. Wir müssen hier auch nochmal gehen. Wir müssen hier ausprobieren. Wir werden auch da der Teist. Wir gehen auch aus dem Terrace. Na. Na. Es ist nicht ein Rennen. Na. 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 Und dann auch go. Hehe. Alle drei haben die Kugeln, aber Roxas hat seine leider nicht. Die ist gestern leider verloren gegangen. Hm. Hm. Ohlette, hurry! Hm. Hm. Aren't these the steps you talked about? The ones that count different going up and down? Hm. Actually, it's the stupidest thing ever, but... What? Hm. 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 Ugh. Hey, no worries. Hm. Okay. Okay, wir haben ein Wunder schon mal abgefrühstückt. Das erste Wunder hier an der Wand. Genau. Untersuche die Wand am Ende der Gasse. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht mit den Bällen in Berührung kommen. Ohpala! Ui! So. Und zack. Hm. Hm. Oh, du bist es nur, Roxas. Hast du gerade einen Ball geworfen? Der Ball kam eben aus dem Nichts angeflogen. Bin ich erschrocken. Hey, jetzt weiß ich's. Das erklärt eines der sieben Wunder. Inwiefern erklärt das denn die sieben Wunder? Dass Roxas einen Ball geworfen hat. Aber natürlich war es nicht Roxas, denn es waren wieder die Niemande, die das Ganze hier quasi mit ihrem Unfug betreiben. So. Ah ja, genau. Hier konnte man auch noch ein paar Kisten sammeln. Mit ein bisschen Items da drin. Moment. 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 Lass mich rauf. Lass mich rauf. Hopp. So. Jetzt bin ich nochmal gerade in die Richtung, denn da hinten sind nämlich auch nochmal mehrere Kisten. Einmal hier. So. Und. Einmal hopp. War hier nicht auch noch irgendwo eine? Also von hier oben sieht man halt ein paar mehr. Gott sei Dank. Hopp. Ach hier. Und da hinten sehe ich auch gerade noch eine. So ein paar Potions sammeln ist auch nicht schlecht. Äh. Dann war das nächste Wunder hier in den Tunneln. Sieht komisch aus da drinnen. Mal sehen. Wie wie? 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 Das ist natürlich wieder nicht Wie wie. Wie? 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 Ah, wenn immer mehr Vivi ist hier. Und der letzte, kommt schon. Und weg. Es sind alles die Wunder. Das kann man ja jetzt schon mal so voraussagen. Das sind alles Portale, in denen niemand in diese Welt hinein gelang. Was ist los, Roxas? Was machst du hier? Oh, hättest du das gebraucht, Roxas? Willst du wohl heimlich ein wenig trainieren? Habe ich recht? Äh, nein. Es ist nur, dass... Da waren eben ganz viele Vivis. Hä? Ganz viele Vivis? Kapiere ich nicht. Wie auch immer, ich bin fertig hier, Roxas. Lass dir ruhig Zeit damit. Diese mysteriöse Stimme war also nur Vivi, der trainiert hat. Hör zu, da waren gerade eben eine ganze Menge Vivi-Klone hier und... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020